Moin Leute, in diesem Video verrate ich euch was Noxladen ist, wie ihr diesen auf eurer Insel bekommen könnt und wie man ihn genau freischaltet. Ich würde also sagen, nicht lang schnacken, los geht's mit dem Video. Also, was ist eigentlich Noxladen? Noxladen ist ein neues eigenes Gebäude, wo ihr wesentlich mehr Auswahl an Möbelstücken, Werkzeugen, Pflanzen und so weiter habt und welcher von den Tanookis nepp und schlepp geführt wird. Durch ihn könnt ihr also schneller euer Eigenheim mit den richtigen Möbelstücken einrichten bzw. einfacher das passende Werkzeug für euer Abenteuer einkaufen. Zudem hat der Laden seine Pforten von 8 bis 1 schließlich 22 Uhr geöffnet und es gibt auch noch mehrere Stufen des Ladens, zu welchen auch noch eigene Videos kommen werden. Also, seid gespannt. Damit nepp und schlepp aber ihren Laden eröffnen können, müssen bestimmte Voraussetzungen erstmal erfüllt sein. Denn zum einen müsst ihr euer Zelt aus dem Reif für die Insel Paket schon auf ein Haus geupgradet haben und zum anderen müsst ihr nepp und schlepp im Service Center angesprochen haben. Habt ihr dies getan, werden sie euch strahlend von der fantastischen Idee erzählen, dass sie ihren ganz eigenen Laden öffnen wollen und ihnen jedoch nur noch ein paar Rohstoffe fehlen. Und hier kommt ihr natürlich ins Spiel, denn ihr müsst für die beiden Tanookis folgende Besorgungen erledigen. Unter anderem müsst ihr nämlich jeweils insgesamt 30 Stück von Weichholz, Hartholz, Holz und Eisenerz liefern, damit der Laden endlich gebaut werden kann. Die Bitte für die Besorgung ist zwar an alle Dorfbewohner gerichtet, jedoch liegt es letzten Endes natürlich an euch. Ein Vorteil hierfür ist aber, dass ihr zwischendurch mal bei dem einen oder anderen Gespräch mit einem Dorfbewohner zum Beispiel ein Eisenerz oder ähnliches bekommen könnt. Außerdem solltet ihr zwischendurch mal einen Blick in die Findekiste werfen, da auch hier die gelisteten Rohstoffe sein könnten. Die größte Herausforderung wird das Eisenerz sein, denn man bekommt davon nur eine begrenzte Menge pro Tag. Hierfür müsst ihr mit einer Schaufel oder einer Axt gegen die kleinen Felsen auf eurer Insel oder auf anderen Inseln schlagen, um anschließend die Rohstoffe einsammeln zu können. Für die Leute von euch, die aber immer noch nicht genau wissen, wie man das macht bzw. wie man schneller an Eisenerz kommen kann, habe ich extra ein Tutorial gemacht, welches ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Nice! Was zwar insgesamt einfacher zu besorgen ist, aber durchaus nervenauftreibender sein kann, wird das Holz sein. Denn um an die drei verschiedenen Sorten Holz zu kommen, müsst ihr mit einer Axt gegen einen Baum schlagen, wobei hier das Limit auf drei zufällige Items liegt, also sprich Weichholz, Hartholz und Holz. Und da ihr hier von jeder Holzart 30 Stück braucht bzw. ihr mit Sicherheit nicht euren gesamten Wald fällen wollt, solltet ihr dafür am besten eine Wackelachs nehmen. Diese ist einfach zu croften oder günstig zu kaufen und Feldbäume nicht, was hierfür ganz praktisch ist. Ein wichtiger Premium-Tipp von mir hierbei wäre, nehmt am besten gleich mehrere Wackel-Exte mit, da diese schnell kaputt gehen und es auf Dauer wirklich sehr, sehr nervig werden kann, im Nachhinein immer wieder neue bauen zu müssen. Glaubt mir, das erleichtert euer Leben immens, wenn ihr gerade am Holzfarmen seid und ihr eine Ersatz-Axt in der Tasche habt. Aber wie genau soll das Ganze denn jetzt noch schneller gehen können? Die Leute unter euch, welche schon diverse Videos von mir gesehen haben, können es sich wahrscheinlich schon denken. Da nicht nur Steine, sondern auch Bäume nur pro Tag einmal jeweils Items droppen, kann es euch passieren, dass ihr nicht alles an einem Tag schaffen könnt. Wenn ihr also wieder neue Rohstoffe farmen wollt, müsst ihr einen neuen Ingame-Tag simulieren und die Zeitzone auf eurer Nintendo Switch verändern. Das tut ihr, indem ihr einfach in eure Systemeinstellungen geht, anschließend ganz unten Konsole auswählt und so zum Reiter Datum und Zeit kommt. Hier könnt ihr eure Zeitzone von zum Beispiel Berlin, Rom nach Auckland umstellen, um so der aktuellen Zeit um 10 Stunden voraus zu sein. In meinem Beispiel komme ich zwar nicht direkt auf den nächsten Tag, jedoch kann ich die Zeit einfach so anpassen, dass das dann doch irgendwie klappt. Ihr müsst da einfach mal gucken, ob ihr den Tag dahinter oder davor nehmt und dann solltet ihr auch eine Tagesgrenze überschritten haben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ganz klassisch im Servicecenter ein Main-Ticket am Automaten kaufen und so auf eine andere Insel fliegen. Wichtig ist hierbei nur schon mal vorab zu sagen, dass man nicht garantieren kann, ob ihr auf dieser dann auch Bäume habt oder nicht, da diese auch mit Bambus bepflanzt sein könnten. Gleiches gilt hier auch für Steine, auch wenn ich persönlich meistens nur gute Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe. So, und wenn ihr alle Materialien bei Nepp und Schlepp abgegeben habt, müsst ihr nur noch das Laden-Kit, welches ihr in die Hand gedrückt bekommt, platzieren und schon startet der Bau. Wichtig hierbei ist auch, dass ihr euch den Standort für euren Laden gut überlegt. Es ist zwar möglich, diesen hinterher zu verschieben, postet aber auch viele Sternis. Hier könnt ihr also schon ordentlich Geld sparen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sie zu beantworten. Und ihr könnt auch gerne Video-Anregungen in die Kommentare schreiben, beziehungsweise lasst auch gerne Kritik da. Ich bin dafür auf jeden Fall sehr offen. Ich versuche mit jedem Video die Qualität zu verbessern. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Beziehungsweise, wenn euch der Content gefällt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich habe auch einen Instagram-Account, da werdet ihr dann immer erfahren, wenn das nächste Video online kommt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann.